Migranten, Integration, Multikulti, diese Stichworte werden schnell zum Synonym für Problem. Gerne wird dann von früher erzählt, von der erfolgreichen Eingliederung Millionen Vertriebener in die deutsche Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Schön, wenn es so gewesen wäre, war es aber nicht. Weder Hüben noch Trüben, wie jetzt der Historiker Andreas Kossert in seinem Buch nachweist, kalte Heimat. Kinder, die ihre Eltern suchen. Strandgut des Krieges. Verloren auf der Flucht und während der Vertreibung. Am Ende waren es insgesamt 14 Millionen Menschen. Aus Schlesien, Pommern, Ost- und Westpreußen und den anderen Ostgebieten Deutschlands. 14 Millionen Vertriebene, die die alte Heimat verloren und keine neue gefunden haben. Denn in dem, was nach dem Krieg noch Deutschland war, waren sie nicht willkommen. Diese Erfahrung des sogenannten zweiten Schocks, nach den Erfahrungen von Flucht und Vertreibung eben nicht willkommen zu sein als Deutsche unter Deutschen. Und ich glaube, das hat ganz klar etwas damit zu tun, dass Deutschland moralisch geächtet war, dass dieses Volk gemeinsam in die Katastrophe geschlittert ist und diese Katastrophe verursacht hat und letztendlich nicht bereit war, gemeinsam verantwortungsvoll die Konsequenzen zu tragen. Kalte Heimat, so heißt das Buch des Historikers Andreas Kossert, der damit einen Mythos der alten Bundesrepublik zerstört, den von der erfolgreichen Integration der Vertriebenen im Nachkriegsdeutschland. Und es war anders. Wir können niemand mehr aufnehmen, hieß es in Bremen. Und Badens schrecklichster Schreck, der neue Flüchtlingstreck im badischen Laar. Man hatte an der eigenen Not schon genug. Diese Hartherzigkeit der Menschen generell gegenüber sich selbst auch, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, um diese Situation zu erklären. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass der Nationalsozialismus mit seiner Rasseideologie Menschen aus dem Osten per se als minderwertig qualifiziert hat. Und nun kamen für Westdeutsche auf einmal Menschen aus dem Osten. Die Vorurteile, die man vorher Juden und Slaven gegenüber hegte, wurden jetzt gegen die Vertriebenen in Stellung gebracht. Sie wurden, das belegt Kossert, feige, herumzigeunernd, artfremd und arbeitsscheu genannt. Viele haben zum Beispiel ja auch die Ankunft der Vertriebenen als bloßen Austausch gesehen, dass sie eben gesagt haben, die Zwangsarbeiter sind weg auf den Bauernhöfen und jetzt kommen die Vertriebenen. Und haben sich beschwert darüber, dass die Vertriebenen sich eigentlich weigerten, in diese Rolle der Zwangsarbeiter zu schlüpfen. Offiziell wird die Ausgrenzung der Vertriebenen durch ihre westdeutschen Landsleute verschwiegen. In der Gemeinde Pudrip übergab Landwirtschaftsminister von Kessel die 30.000. Siedlung des Landes an den ostpreußischen Heimatvertriebenen Josef Sperling. Salz und Brot empfingen die glücklichen Besitzer, die jetzt wieder in ihren bäuerlichen Lebensbereich zurückkehren konnten. Es war nicht die große Begeisterung oder dass man uns aufgenommen hat. Wir waren da schon die Aussässigen, die Auswärtigen, die Rucksackdeutschen. Lilo Sardennings ist elf, als sie aus Königsberg flieht. In Mecklenburg wird die achtköpfige Familie auf mehrere Bauernhöfe verteilt und landet schließlich in Köln. Auch hier werden sie abgelehnt. Pimocken, es kommt aus der Bezeichnung Kartoffelkäfer. Kartoffelkäfer und ein Kartoffelkäfer ist ja lästig und deshalb waren wir eben die Pimocken. Aber man musste sich durchsetzen. Und die Vertriebenen setzen sich durch. Als Unternehmer gründen sie neue Betriebe. Im Bergbau stellen sie bald die Mehrzahl der Arbeitskräfte. Mit ihrer Kaufkraft kurbeln sie den Konsum an. Am deutschen Wirtschaftswunder haben sie entscheidenden Anteil. Ich denke, das ist in der Diskussion noch überhaupt nicht genügend berücksichtigt worden, was die Vertriebenen eigentlich Positives gebracht haben. Ich meine, sie hatten keine Alternative, sie hatten keine Rückfahrkarte und deshalb mussten sie sich vor Ort bewähren. Und das ging eben durch Leistung, durch soziale Dynamik und durch eine Anpassungsfähigkeit, die dieses Land ganz entscheidend verändert hat. So war es in der Bundesrepublik. Und östlich der Elbe? Da gab es offiziell gar keine Vertriebenen, obwohl auch hier vier Millionen Flüchtlinge ankamen. Radikale Zwangsassimilation nennt Kossert die verordnete Anpassung im sozialistischen Staat. Die DDR hat es natürlich wesentlich einfacher, weil sie den Begriff Umsiedler, wie sie in der DDR genannt wurden, abgeschafft hat und durch den Begriff des Neubürgers ersetzt hat. Und damit war für die DDR bis 1989 das Problem erledigt. Und die Vertriebenen durften weder über ihre Heimat sprechen, noch irgendwie in einer Form sich treffen untereinander und ihr Schicksal benennen. Andreas Kossert erzählt die vergessene Geschichte der Vertriebenen im Nachkriegsdeutschland. Heute sind ihre Sehnsuchtsorte im Osten wieder näher gerückt. Viele sind hingereist, geblieben sind sie nicht. Aber es hat Jahrzehnte gedauert, bis die Vertriebenen wirklich eine neue Heimat gefunden haben. Zu einem